Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von 360 Football, geschnitten von Can. Grüße gerne an dich raus Bruder. Und zwar geht es heute darum, wie du deine Bauchmuskulatur effektiv trainieren kannst. Das Training dauert nur 8 Minuten und pro Übung werden wir mit 30 Sekunden starten. Wenn dir das dann zu einfach wird, kannst du die Belastungszeit nach oben schrauben. Sprich zum Beispiel 45 Sekunden Belastung, Belastung haben und 15 Sekunden Pause. Legen wir sofort los und ich zeige dir die Übungen. Vor dem Start aber nicht vergessen uns auch zu abonnieren und nach dem Video in die Kommentare zu schreiben, was du von den Übungen hältst. Für die Übungen brauchst du lediglich einen Fußball, dann machen wir 30 Sekunden Belastung, 30 Sekunden Pause, 8 Übungen insgesamt. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.